Und Alarm, euch und uns läuft die Zeit davon. Wenn es nicht gelingt, im Frühjahr gleich bei der ersten Wahl 5 Prozent zu erreichen, 5,0 Prozent zu erreichen, dann wird das nichts bei der Bundestagswahl mitregieren oder Koalitionspartner werden, sondern dann wird alles in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Also ich habe den Eindruck, alle schlafen und wir haben ja viele Teile der Gesellschaft. Da gibt es die ganzen Esoteriker, die denken, Politik ist ja sowieso unwichtig, weil wir verändern ja die Welt von innen heraus und so weiter. Dabei ist alles ein Strukturproblem. Alle Probleme, die viele die letzten Monate empfinden, Das ist doch völlig uninteressant, sich darüber noch aufzuregen. Man sieht doch, dass die Mächtigen sozusagen einfach ihr Programm durchziehen und sich doch nicht stören lassen, nur weil da so ein paar Leutchen sehen, da ein Problem sehen. Sondern das Einzige, was die politischen Entscheidungen interessiert, ist, wenn da eine neue große Volkspartei kommt mit 56 Prozent Wählerpotenzial und wenn die dann bei der Bundestagswahl schon bei der ersten Wahl mit 5 Prozent plötzlich bekannt werden, überall diskutiert werden und dann bei der Bundestagswahl nach einigen Wahlen sozusagen sich hochgearbeitet haben auf 20 bis 28 Prozent und dann entweder selbst schon den Kanzler stellen, die Kanzlerin stellen. Das ist das, was interessiert. Davor zittert die Politik, aber doch nicht vor irgendwelchen Klagen oder anderen Dingen. Wenn da darüber schwunzeln, die wahrscheinlich, weil die genau wissen, dass wenn sich Machtverhältnisse und Mehrheiten einig sind, dann wird da nichts gemacht werden. Dann werden auch Klagen einfach ignoriert werden und so weiter. Naja, es wird alles ignoriert werden. Also deswegen, liebe Mitglieder, liebe Wählerinnen, ja, bitte denken Sie nicht, auf Sie käme es nicht darauf an, sondern Sie müssen jetzt aktiv werden. Denn im Moment verschlafen alle alles. Ja, wir von den Next Scientists for Future sind die einzigen Aktiven und jetzt braucht es einzelne aktive Mitglieder der neuen Parteien, die Basis wir 2020 und so weiter. Und einzelne Wähler, die sagen, ich will jetzt was tun, dass die Strukturen dieses Landes, die so offensichtlich todkrank sind, diese Strukturen verbessert werden und verbessert werden. Ja, und deswegen, das alles beginnt mit demokratischen Plattformen, nämlich mit der neuen demokratischen Talkshow, das neuen Markus Lanz, den Online-Talkshows, wo Sie mit Telefon oder mit Computer, mit Kamera, ohne Kamera, mit Mikrofon, ohne Mikrofon auch per Telefon teilnehmen können. Dann bitte melden und rufen Sie direkt gleich an. Hier, wo haben wir es? Hier haben wir doch. Bitte sofort anrufen oder E-Mail schicken mit Telefonnummer, dann kriegen Sie einen Rückruf. Wir vermitteln das. Wir schicken dann, wenn es sich bei Ihnen um einen halbwegs vernünftigen Menschen handelt, dann schicken wir das dann an, sozusagen, an die Redaktion dieser neuen Markus Lanz-Sendungen. Ja, also, da sind die Einzigen, die was tun. Gehören Sie nicht zu denen, die dann sagen, ja, warum haben wir das dann alles verschlafen mit der Bundestagswahl und warum ist das alles im Sande verlaufen? Ja, weil wenn Sie nichts tun, dann wird es verschlafen werden. Ja, denn wir haben ja, denken Sie mal dran, wie viele Leute wir haben, die grundsätzlich nicht zur Wahl gehen. Denken Sie an die ganzen Reichsbürger, die ja die deutschen Wahlen ja gar nicht als ihre Wahlen anerkennen. Und was wollen die machen? Einen gewaltsamen Aufstand oder was? Also, von daher, das ist, wir haben so viele Leute. Dabei ist die einzige Chance, die man hätte, jetzt alles auf eine große neue Volkspartei zu richten. Und liebe Basismitglieder, zum Beispiel die Basis bietet jetzt eine ganze Palette an Terminen an, hat nur irgendwie vergessen, darüber zu informieren, wie denn die ganzen Leute da mitdiskutieren können, wo man denn dann erfährt, wo man sich zum Beispiel dann, über welchen Link man sich dann, wo man dann die Links findet, dass man sich einklinken kann in diese Online-Treffen sozusagen. Und das, ja, also ich sehe nicht, dass irgendetwas geschieht. Ja, dann gehen wir mal weiter hier. Also, wie muss die Struktur Deutschlands geändert werden? Ja, eigentlich ist es wissenschaftlich, nach 52 Jahren ist es für die Professoren von Weltrat und nextscientistforfuture.de natürlich total einfach. Ach, wir müssen ganz gezielt, mit ganz starken, positiven Anreizen Gutes tun belohnen, denn wir sehen doch, dass dadurch, dass wir es seit 400.000 Jahren, das Gutes tun, nicht gezielt belohnt haben, dass wir auf der ganzen Welt überall nur Schlechtes tun haben. Ja, überall wird über Leichen gegangen, überall werden wir Wähler abgezockt und betrogen oder einfach durch Irrtümer wird uns das Fell geschoren und nicht nur das Fell, wir werden geschlachtet. Und ja, also wir Wähler sind doch eigentlich überall das Opfer der Tatsache, dass Gutes tun. Sich für niemanden rechnet. Das rechnet sich für niemanden. Schlechtes tun rechnet sich in der Welt. Ja, und das ist das Grundproblem. Ein Arzt, der uns eher hilft, in die chronische Krankheit reinzurutschen und in die Tablettenzucht hineinhilft, der verdient mehr als der, der unsere Gesundheit so fördert, dass wir nie Krebs bekommen. Weil dann kann er an uns ja nichts mehr verdienen im jetzigen System. Also müssen wir doch den Ärzten den positiven Anreiz geben, dass sie, wenn sie Gutes tun, nämlich dafür sorgen, dass wir nie krank werden mit einem fantastischen Freizeit- und Wochenend- und Kursangebot, wo wir alles lernen über glückliches, gesundes, spaßmachendes Leben, Sport und, und, und. Alles uns offen steht kostenlos für unseren Mitgliedsbeitrag bei der Krankenkasse, wo ja alles dann inklusive drin bezahlt ist. Ja, dann haben wir endlich ein Gesundheitswesen, wo Gutes tun sich lohnt. Aber im Moment lohnt sich nur Schlechtes tun. Und diese Reformen durchzuführen, das können auf der Welt leider nur die einzige echte wissenschaftliche Instanz auf der Erde. Das ist der Weltrat und sein Arbeitskreis nextscientistsforfuture.de. Und jemand anderes kann das nicht. Und wir sind eine von vielen, also wir haben so eine Liste mit 16 externen Experten, externen Reformern, sollte man sie nennen, die Reformkompetenzen haben, die 52 Jahre, die next scientistsforfuture sind ja eine von den 16 empfohlenen externen Reformern. Und die können, sind die einzigen, die einer Partei 56 Prozent der Wählerstimmen bringen können, aber nur, wenn wir zum Beispiel jetzt im Frühjahr schon mal gleich erst mal die 5,0 erreichen. Wenn wir das nicht schaffen, wird es nicht genügend Aufmerksamkeit geben. Und ohne genügend Aufmerksamkeit gibt es auch keine 56 Prozent. Geschweige denn, es gibt dann auch keine 28 bis 20 Prozent. Es gibt dann nämlich gar nichts. Also ohne die externen Reformer und die jahrzehntelange Reformenerfahrung und Reformenkompetenz geht es nicht. Da werden die Parteien bei 4 Prozent circa hängenbleiben, wenn es am Ende 4,8 sind, aber sie werden unter 5,0 Prozent hängenbleiben. Ballweg ist schon, Michael Ballweg hat ja gezeigt, dass Prominenz allein für gar nichts reicht. Weil die Leute wollen ordentlich regiert werden und nicht nur sozusagen eine Einpositionenpartei wählen. Das macht kein vernünftiger Mensch. Die Leute wollen solide regiert werden, besser regiert werden als bisher. Und wenn dabei dann sozusagen dieser Riesenskandal unseres weltweiten Gesundheitswesens und Pharmawesens und Impfwesens sozusagen, wenn der dabei mit beendet wird durch ein sinnvolles Regieren, ja, dann ist das ein Grund, da extra nochmal so eine Stimme zu geben. Aber das allein reicht nicht. Ja, so, jetzt noch so ein paar kleine Details. Ja, wir wollen ein für allemal am Endergebnis messen. Wir müssen doch alle anderen externen Reformer, die anderen 15 externen Reformer, wollen irgendwie versuchen, ihr Leben zu verbessern, liebe Wähler und Wählerinnen, liebe Parteimitglieder. Ja, aber sie können es nicht, weil sie zu weit weg sind. Sie wollen immer irgendwas verändern, aber sie messen gar nicht das Endergebnis. Das Endergebnis ist doch, wie wohl fühlen sie sich, wie glücklich sind sie als Wähler? Wie gesund sind sie als Wähler? Wie lange leben die Wähler? Wie lange leben die Wähler gesund und glücklich? Und wie reich leben die Wähler? Das sind doch vier Messgrößen, die doch mal das Minimum wären. Ja, also sozusagen die wir doch erheben müssen. Wir müssen doch sie als Wähler fragen, wie es ihnen wirklich geht. Der Bundeswahlleiter muss doch mit aller Anonymität und aller reinen Zahlen orientiert werden, sodass niemand jemals ihren Namen erfährt, wer sie sind und so weiter. Sie geben völlig anonym, werden sozusagen ihre Daten sozusagen verarbeitet. Und dann sieht man, ob in ihrer Stadt die Politiker, die in ihrer Stadt regieren, ob die diese Stadt glücklicher, gesünder, die Bürger, die Wähler langlebiger und reicher gemacht haben oder ärmer, unglücklicher und kränklicher und früher sterbend. Das müssen wir doch prüfen und das müssen wir doch für jedes Bundesland genauso prüfen. Und dann müssen wir anhand der Ergebnisse der Bundesländer sehen wir ja, welche Partei in der Lage ist, ein Bundesland und die Kommunen am besten zu gestalten, mit den besten Ergebnissen Richtung Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Reichtum der Bürger. Und dann können wir die auch bei der Bundestagswahl wählen, weil diese Partei ja dann gezeigt hat, in den Ländern, in den Kommunen, dass sie was richtig machen. Denn das Schwierige ist natürlich dann, die deutsche Bundesregierung zu vergleichen mit anderen europäischen Regierungen. Das ist natürlich schwierig, da einen Eindruck zu gewinnen. Aber nur die Next Scientists for Future stehen dafür, dass sie die Wählerbasis, die Basis der Bevölkerung, die Wählerbasis, dass wir gucken, wie geht es ihnen vom Wohlfühlen, vom Glücklichsein, von der Gesundheit, von der Langlebigkeit und vom Reichtum her. Und da, wir belohnen alle gezielt mit positiven Anreizen und lassen dadurch alle die vorteilbringenden Irrtümer, die bisher Vorteile gebracht haben, die lassen wir zu Nachteilbringenden Irrtümern werden. Dadurch sterben dann diese ganzen Irrtümer aus. Es sterben auch die schwarzen Schafe und ihre Betrugstendenzen aus. Und aber auch alle Irrtümer sterben aus. Und am Ende bleibt übrig eine Welt der Wahrheit. Weil nämlich dann plötzlich durch die neuen positiven Anreize wir von vorteilbringenden Wahrheiten sprechen müssen, die sich sehr schnell, blitzschnell, evolutionär durchsetzen gegenüber den vorher, früher mal vorteilbringenden Irrtümern. Die aber eben nach unseren Reformen, nach der Setzung starker positiver Anreize für Gutes tun, für ihnen Gutes tun, sozusagen aussterben und verdrängt werden durch die dann vorteilbringenden Wahrheiten. Und das ist also der einzige Weg. Der einzige Weg heißt, die Basis, wir 2020 oder wie auch immer sich die neue große Volkspartei zusammensetzt mit den 16 externen Reformern. Und dann kann ich nur hoffen, dass die Basis der jeweiligen neuen großen Volkspartei klug genug ist beim Konsensieren oder Wählen oder was auch immer zu sagen, okay, offensichtlich ist für uns der Ansatz der NextScientistsForFuture.de sozusagen besonders wichtig und muss besonders stark auch im kurzen Parteiprogramm skizziert werden. Denn eigentlich ist das Parteiprogramm dann eine Kleinigkeit. Ja, so nach dem Motto, wir ziehen die 16 weltbesten externen Reformer bei allem Reformieren in den Ministerien und Parlamenten zu Rate und hinzu und lassen uns von denen helfen, besonders auch von den NextScientistsForFuture. Und die werden das Gutes tun für uns Wähler mit positiven Anreizsetzungen ganz gezielt belohnen, sodass endlich dieses schlechte Tun ausstirbt und aufhört. Das ist eigentlich schon das ganze Programm. Und jetzt kann man noch Details sagen, das bedeutet, dass Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer, Staatsanwälte, Polizisten, Richter sozusagen gezielt belohnt werden, wenn sie uns Wählern Gutes tun, wenn sie uns Wählern dienen. Und wie man das dann technisch macht, da gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Da kann man in so ein Programm so ein paar Punkte reinschreiben und sagen, in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, in allen Sparten und Bereichen, ob es die NGO-Sparten sind, die Sozialsparten, die Arbeitsamtsparte, überall in allen Bereichen wird immer das gleiche Prinzip angewendet. Es wird immer geschaut. Jetzt habe ich wieder vergessen zu sagen, rechts unten ist das runde Ding, da können Sie die Geschwindigkeit schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Dass die Leute das immer noch nicht wissen, dass man YouTube-Videos immer mit mindestens 1,5 bis 1,75-facher Geschwindigkeit hören sollte. Und wenn man einschlafen will, sollte man 0,75 nehmen. Also noch, ich sage es noch tausendmal, weil die Leute das offensichtlich nicht wissen. Also, jede Ecke der Gesellschaft muss durchleuchtet werden und dann müssen gezielt, muss geguckt werden, was ist denn Gutes tun hier? Wie könnte man das Gutes tun messen? Und dann werden ganz gezielt starke, positive Anreize gesetzt und dann wird das Gutes tun sich durchsetzen und das Schlechtetun wird aufhören. Und dann leben wir in einer sehr, sehr guten Gesellschaft. Gesellschaft, vielleicht sogar schon in der besten aller möglichen Gesellschaften, die man dann immer noch fein justieren muss und wo man dann aber eben noch genügend Aufgaben hat. Denn, wie gesagt, dieser Planet wird irgendwann kaputt gehen, dieses Sonnensystem wird irgendwann kaputt gehen, die Menschheit braucht auf jeden Fall eine neue Heimat und braucht vielleicht am Ende ein neues Universum oder so. Also, Aufgaben gehen uns nicht aus. Außerdem ist es ja noch viel Arbeit, natürlich erst einmal dafür zu sorgen, dass jeder Mensch kerngesunde, optimale Ernährung bekommt. Da sind wir ja unendlich weit davon entfernt, weil ja in den letzten 400.000 Jahren eben Schlechtetun sich gerechnet hat und zum Erfolg geführt hat und weil deswegen die ganze Welt vom Schlechtetun gebeutelt ist, von oben bis unten. Ja, also, ich habe mal nachgeschaut, anderes Thema, was aber dazu passt. Warum begehen denn Menschen Suizid? Da steht, auch finanzielle Schwierigkeiten, habe ich im Internet gefunden, können gelegentlich zum Suizidmotiv werden. Also, die Mehrzahl aller Menschen bringt sich um aus ganz anderen Gründen als aus finanziellen Schwierigkeiten. Also, noch einmal dieses Statement, was ich ergoogeln konnte. Auch finanzielle Schwierigkeiten können gelegentlich zum Suizidmotiv werden. Ich weiß von einer Person, die Hunderttausende auf dem Konto hatte und trotzdem Suizid begangen hat. Also, Geld alleine macht nicht glücklich. Und trotzdem treten viele der externen Reformer, die im Wettbewerb zu den nextscientistsforfuture.de stehen, an und wollen in erster Linie den Leuten etwas mehr Geld geben. Als ob das die Suizide, das Unglück und das Leiden und die Einsamkeit, das Übergewicht, die Krankheit beenden würde. Tut es nicht. Würde es nicht tun. Also, diese Geldfixiertheit. Also, manche der externen Reformer sind so auf Konsumsucht und Geldsucht und Geldgeilheit fixiert. Das ist der falsche Weg. Geld allein macht uns nicht glücklich. Wir brauchen eine Glücksgesellschaft, eine Wohlfühlensgesellschaft, eine Gesundheitsgesellschaft, eine Langlebigkeitsgesellschaft, eine liebevolle Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Vereinsamung und so weiter. Und da bisher aber schlechtes Tun sich immer nur gerechnet hat und sozusagen jeder Irrtum, jeder Irrtum, der uns manipuliert hat, uns Wähler, Wählerinnen, WählerInnen manipuliert hat ins Unglück, der hat sich gerechnet. Der hat sich ausgebreitet. Wurde zum Vorteil bringenden Irrtum. Und daraus resultierte eine Gehirnwäsche für uns alle durch parasitäre Meme, durch Killerviren des Geistes, wodurch wir zu in das Unglück hinein manipuliert wurden, aus nur einem ganz banalen Grund. Unglückliche Menschen kaufen mehr Alkohol, mehr Zigaretten, mehr Süßigkeiten, mehr Mallorca-Ballermann-Urlaube, konsumieren mehr, mehr Konsumgüter und so weiter. Also war Unglücklich Machen, ohne bewusste Absicht, aber Unglücklich Machen der von uns WählerInnen, war das oberste Ziel des bisherigen Wirtschaftssystems. Denn Unglückliche konsumieren mehr. Und dadurch haben sich Irrtümer, Irrtümer, die Menschen dahingehend in die Irre leiten, dass sie selbst unglücklich werden, weil sie, wenn sie einmal diesen Irrtum im Kopf haben und der dann als parasitäres Meme beziehungsweise Killer-Virus des Geistes die Menschen auf unglücklich, sich selber unglücklich machen, programmiert, dann funktioniert das. Und dann sind wir alle unglücklich geworden. Wir sind alle genussunfähig, glücksunfähig, liebesunfähig geworden. Warum sind alle Menschen einsam? Weil wir alle glücksunfähig, liebesunfähig, zur Gemeinschaft unfähig geworden sind. Ich habe früher geschrieben über Gemeinschaftsunfähigkeit, über Liebesunfähigkeit, damit wir eben nur noch ein Ziel haben. Das Kaufhaus, shoppen gehen, kaufen, konsumieren, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Medikamente, Fastfood und, und, und. Fressen und saufen und rauchen und weiter. Bis dann der Arzt kommt und das Ganze dann, weil er auch nur verdient, solange wir krank bleiben unsere chronische Krankheit einfach nur verlängert und vergrößert. Denn alles ist schlechtes Tun, rechnet sich heutzutage. Und wir müssen Gutes Tun belohnen. Mit ganz vielen positiven Anreizen. Unglücksproduktion ist der Grund für all die Selbstmorde und nicht der Mangel von ein paar Euro. Also Unglücksproduktion. Die Menschen sind todunglücklich. Geld kann da manchmal, gelegentlich heißt es hier, manchmal da eine Rolle spielen. Ja, bitte, liebe Wählerinnen und liebe Parteimitglieder, denken Sie nicht, es kommt nicht auf Sie an. Im Moment, meine große Befürchtung ist, und ich fürchte, ich werde wie immer Recht haben, wenn das so weitergeht, wird die Basis bei maximal 4% kläglich scheitern. Wir 2020 wird kläglich scheitern. Alle anderen neuen Parteien werden kläglich scheitern. Und alles bleibt beim Alten. Alles bleibt gleich. Nichts wird sich ändern, weil Sie es nicht ändern. Rufen Sie jetzt sofort an. Sie haben ja am Anfang die Telefonnummer gesehen. und melden Sie sich für die neuen Online-Talkshows. Es muss sein, dass dann Millionen Leute müssen diese Talkshows anklicken. Die Parteien müssen für diese Talkshows Werbung machen, weil es das Medium ist, wo sozusagen dann alle bekannt werden können. Wir hoffen, dass sich noch eine Maybrit Illner das Internetfernsehens noch findet, dass wir also noch eine zweite Sendung kriegen. Da arbeiten wir dran. Aber wir haben auch nur begrenzte Möglichkeiten finanzieller Art. Wir tun, was wir können. Aber außer dieser neuen Online-Talkshow, das neuen Markus Lanz und einer vielleicht noch kommenden neuen Online-Talkshow einer neuen Maybrit Illner des Internetfernsehens und außer Ihnen, liebe Parteimitglieder und liebe aktive Wählerinnen, wird es niemand tun. Es wird alles unverändert elendig bleiben. Alle werden durch schlechtes tun, sich an ihnen bereichern und alles wird darauf hinauslaufen, Sie und Ihr Leben noch unglücklicher zu machen, weil Sie dann noch mehr shoppen gehen und noch mehr konsumieren und so weiter. Und bitte rufen Sie jetzt an, schicken Sie eine Mail, wenn Sie sich nicht trauen, dann aber bitte mit Telefonnummer, denn ohne dass wir kurz miteinander sprechen, entweder jemand hier von den ehrenamtlichen Helfern, Assistenten, Botschaftern hier im Büro oder ich mit Ihnen kurz spreche, ohne das können wir natürlich dem der Redaktion der neuen Talkshow nicht empfehlen, Sie als Gast herzlich einzuladen, als Wähler Vertreter, also Vertreter für die Wählerinnen und die Mitglieder der Parteien. Ja, also, ich glaube, das war alles Wichtige für heute. Tschüssi, bis bald.